Borussia Mönchengladbach muss für mehrere Wochen auf Igor Dekamago verzichten. Der Stürmer zog sich bei einem Training der belgischen Nationalelf einen Teilerbriss des Innenbandes im linken Knie zu. Das ergab eine Untersuchung am Dienstagmorgen. Der 28-Jährige kam in dieser Saison in sechs Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore. Bereits am Montag war Dekamago vom Quartier der Belgier in Brüssel nach Mönchengladbach zurückgereist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017